Bitte suche nicht nach mir. Ich habe wahrscheinlich schon ein neues Herrchen gefunden, das tatsächlich auch daran denkt, ab und zu mal meine Futterschüssel zu füllen. Mit freundlichem Gruß, Gary. Falls mein neuer Besitzer mich nicht umbenennt, heiliger Neptun, was habe ich getan? Wie meinst du, dass du hast ihn weggeeckelt? Hier steht's doch schwarz auf weiß. Siehst du, hier steht's. Und hier auch. Gary?